Musik Ja, meine Damen und Herren, schön, dass so viele Leute gekommen sind in dieses Quartier, wo ich noch nie war, aber ich komme ja, wie Sie sofort erkennen werden, nicht aus Berlin, sondern aus der Schweiz, aus Zürich. Es wird wahrscheinlich ein Problem im Gespräch, weil Josef Vogel dann nie versteht, von wem ich rede, weil wir Schweizer betonen die französischen Namen immer auf der ersten Silbe, Foucault und Bataille und Artho. Also wenn Sie mich nicht verstehen bei den Namen, übersetzen Sie das ins Deutsche. Nun, es freut mich, dass Josef Vogel hier ist. Sie, ich muss Ihnen wohl hier in Berlin nicht vorstellen, sicher haben Sie alle das Gespenst des Kapitals gelesen. Diese fast erzählerische Analyse der Verwerfungen des Kapitals und der Verschuldung in die Zukunft. Draußen liegt das Buch sonst auch, dann können Sie es kaufen, das würde ich dann unbedingt machen. Und ein anderes Buch trägt den Titel Souveränitätseffekte. Da sind wir schon in den fukaldinischen Begriffsordnungen, von denen er mehr versteht als ich. Er hat auch den Band von Michel Foucault über Hermaphrodismus herausgegeben. Und ich freue mich auf dieses Gespräch und hoffe, dass er mir diese vierteilige Geschichte der Sexualität von Foucault etwas näher bringt. Es ist ja so, dass die Avantgarde seit dem 18. Jahrhundert immer vorstieß in neue Gebiete, dass sie formale Regeln der Sprache transkrediert, übertreten hat, bis hin dann zum Dadaismus, oder eben auch die moralischen und sexuellen Tabus zur Sprache brachte. Ganz extrem natürlich der Marquis de Saat 1785 mit seinem Werk Die 120 Tage von Sodom. Nun, als ich in der Schule war, habe ich angefangen, Saat zu übersetzen. Schüsslin und Schülle erzählen Bände mit einem Freund zusammen. Und Foucault war neben Batei so der Säulenheilige, der immer gesagt hat, ja, der Marquis de Saat, der hat schon um 1800 zusammen mit Hölderlin eine Spalte geöffnet des Diskurses hin zum Anderen, hin zum Wahn, zur Sexualität, zum Fremden, zu dem, was die Vernunft aus sich selber verdrängt. Und dann ist also dieses La Volonté de Saat, der erste Band, der Wille zum Wissen, glaube ich, auf Deutsch, erschienen. Und es war eine absolut schreckliche Lektüre, weil er sich plötzlich von Marquis de Saat abwendet und sagt, ich will jetzt mit diesem Begriff von Verbot, mit Überschreitung eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Sackgasse. Er hat sogar seine eigenen Studien zu Georges Batei und dessen Geschichte des Auges, wo er den Begriff der Übertretung als künftigen Leitbegriff, wie früher die Dialektik gefeiert hatte, verworfen. Und ich fühlte mich, als ich das dann las, dieses Buch, wo er eben sagt, es geht nicht um Repression und Befreiung, wenn man über Sexualität spricht, sondern der Mensch ist ein Geständnistier, das gezwungen ist, über Sex zu sprechen, ein bisschen wie einem enttäuschten Liebhaber. Wie ging das Ihnen, als Sie sich mit diesem Band beschäftigt haben, dem ersten Band, der Geschichte der Sexualität, der ja einen Bruch in Foucaults Denken einführt und der jetzt eben mit diesem vierten Band, Les Avez de la Cher, wie heißt das auf Deutsch, Geständnisse des Fleisches, zu einem Abschluss gekommen ist, 35 Jahre nach seinem Tod. Waren Sie auch enttäuscht? Also vielleicht von der anderen Seite eine Annäherung versuchend, würde ich sagen. Es tut weh, aber es macht auch Spaß, von Foucault widerlegt zu werden. Also das heißt, es ist ein masochistisches Vergnügen und das wird man immer wieder finden. Und deswegen würde ich auch sagen, es hat Ihnen gut getan, von Foucault widerlegt worden zu sein, sonst säßen wir auch nicht hier. Und vielleicht hätte ich auch noch einen kleinen Rat. Es war wahrscheinlich keine gute Idee, Saad übersetzen zu wollen. Denn es gibt, und das ist ja überraschend, es gibt irrsinnig viele Geschichten aus dem 19. Jahrhundert von Saad Lesern, die nach wenigen Seiten in schwere Krankheiten verfallen sind. Ich erinnere mich an die Geschichte eines jungen Mannes, 16 Jahre, der in der Bibliothek seines Onkels einen verstaubten Band fand, den Band aufmachte, sich in seinem Zimmer zurückzog und von diesem Augenblick für die Menschheit verloren war. So der Bericht. Es war sehr überraschend und das, glaube ich, darf man nicht vergessen, wenn man auch das Verhältnis von Foucault und Saad in den Mittelpunkt stellt. Saad war wahrscheinlich der wenigst gelesene Autor mit dem größten Ruhm oder, wenn man so will, mit der größten Verruchtheit. Jeder kannte Saad, aber keiner hat eine Zeile davon gelesen. Und jetzt komme ich zu Foucault zurück und ich glaube, das hat Foucault in irgendeiner Weise interessiert. Wie konnte ein Phänomen wie Saad entstehen, ohne dass wahrscheinlich hier auch im Publikum die wenigsten Netzzeile von ihm gelesen hat? Woher kommt das? Ich glaube, das hängt durchaus mit einer Geschichte der Sexualität zusammen. Also spätestens Ende des 1900s hat die Sexualpathologie eben den Griff des Sadismus entwickelt. Wenn man aber die entsprechenden Lehrbücher liest, also zum Beispiel Kraft Ebbing, Psychopathia sexualis, also die Sexualpathologie, und das tut man dann auch, dann sieht man, dass alle Passagen von Saad auf Lateinisch übersetzt sind. So dass man sie bitte nicht weiterlesen kann. Das heißt also, hier wurde, und das ist, glaube ich, nicht uninteressant für Foucaults Interesse, es wurde sozusagen ein Geheimnis erzeugt, zu dem niemand Zugang haben sollte, außer bestimmte, wenn man so will, Diskursherrscher, wie Sexualpathologen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese eigentümliche Spannung zwischen einem dauernden Reden über Sex auf der einen Seite und einem Geheimnis immer verborgen sein muss und das irgendwie schmutzig ist und das dreckig ist etc. Diese eigentümliche Situation hat, glaube ich, Foucault sehr interessiert. Also wir werden jetzt nicht den ganzen Nachmittag über Dössat sprechen, nur weil ich hier sitze, aber was mir schon auch aufgefallen ist, es gibt eben diesen Bruch so um 75 in seinem Denken. Und da gibt es jetzt ja verschiedene neuere Theorien dazu. Der eine ist, er hat halt in den Saunas und Dark Rooms in Kalifornien eine andere Form von körperlicher Lust plötzlich erlebt, mit Brustwarzenklammern und so, sich sozusagen dem phallologozentristischen Diktat der Sexualität entzogen, in diesen dunklen Räumen, wo er auch die Nicht-Identität seines Körpers sozusagen feiert. Und andererseits ist jetzt ein Buch herausgekommen, das etwas geschwätzig ist, wo es um einen LSD-Trip im Death Valley geht, wo er offenbar ohne Cola zu trinken, wie es heißt, weil nichts zwischen LSD und dem Trip kommen soll, er ohne einen Schluck Cola dann eine Pille geworfen hat und die Wahrheit gesehen hätte und nachher sagt er, ich habe meine Sexualität jetzt endlich verstanden, es hat alles mit meiner Schwester angefangen, ich muss nach Hause zurück, ja, ich muss heimkehren nach Hause. Aber er ist heimgekehrt zu den Kirchenvätern und den alten Griechen. Also darf ich vielleicht da vorausschicken, dass mich die sexuellen Gewohnheiten der Autoren, die ich schätze, wenig interessieren und umgekehrt auch hoffe, dass sich entsprechende Leute auch nicht für meine Gewohnheiten interessieren. Ich würde da auch nur sehr bedingt und sehr vorsichtig Auskunft geben. Und vielleicht kann man das auch festhalten, dass Foucault selbst ja eigentlich auch in diesen Punkten sehr zurückhaltend war. Es gibt vielleicht eine Sache, wenn man jetzt die Biografie irgendwo in Rechnung stellt und versucht, Bezüge zu den Fragestellungen herzustellen. Vielleicht eine Sache, die nicht unwesentlich ist und die man eher nebenbei erfährt in den Biografien. Das sind Foucaults Selbstmordversuche, die, glaube ich, durchaus auch damit zu tun hatten, dass er unter einer schwierigen Situation als Homosexueller groß geworden ist. Und das ist vielleicht das einzige biografische Detail, das an dieser Stelle in irgendeiner Weise zählen würde. Also das heißt, Foucault war mit seiner eigenen Biografie durchaus in politische Kämpfe, die auch mit der Schwulenbewegung zu tun hatte, verstrickt. Und diesen politischen Impetus, glaube ich, darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Also, wenn Sie einverstanden sind, stellen wir die Brustwarzen und das Piercing und LSD zurück und versuchen vielleicht nochmal von der anderen Seite auf Foucault zu kommen. Ja, also noch die andere Seite eben. Also im Jahr 75 ist halt auch dieser Film von Pasolini, Salo, über die Marque de Sard, in einem faschistischen, italienisch-faschistischen Umfeld herausgekommen. Und in der Sardologie, das ist der Wissenschaftszweig, in dem ich mich auskenne, das ist aber auch der einzige, ist es ein Rätsel, dass wirklich im 20. Jahrhundert bis 75 alle bedeutenden französischen Denker, Simon de Beauvoir, Sartre, Partei, Foucault, Deleuze nicht wirklich, aber eigentlich alle zu Sard, Klosowski, Vorwörter geschrieben haben, Lacan hat dazu geschrieben, also alle haben sich mit dem befasst. 75 kommt dieser Film mit dieser Engschliessung von Faschismus und sadistischen Gewaltfantasien. Alle, Foucault selber, auch Roland Barthes, lehnen den Film und diesen Kurzschluss ab, aber nachher ziehen sich alle von Sard zurück, als hätte der Film ihnen Sard verdorben. Und Foucault hat dann auch eben in diesem Moment, wo er mit diesem Projekt anfängt, gesagt, wir müssen diese Sexualität von Sard, diese Art von Sadismus hinter uns lassen. Er ist ein Sergent du Sex, er ist ein Polizist der Sexualität, der die Sachen durchzählt und so sehr zwanghaft ist und müssen eben andere Lüste erfinden, nebst den Brustwarzen, und hat dann eben dieses Projekt angefangen. Also ich glaube schon, diese Erfahrung war für ihn wahrscheinlich schon auch mit diesem Film, mit diesem ganz extremen Bild der Sexualität, wo Pasolini den Konsumfaschismus eigentlich der Sexualität der 70er Jahre anprangert, auch verbunden. Und er wendet sich ja dann auch eben von dieser Sicht von 68, dass die sexuelle Befreiung eine Befreiung ist, ab und sagt, diese ganze Repressionstheorie ist vollkommen falsch. Es ist nicht so, dass wenn man über Sex spricht, dass man sich befreit, sondern man geht in eine Falle. Und zwar in einer Falle eines Diskurses, der von den alten Griechen über die frühen Pastoralgesellschaften, Geständniszwang, Kirche, Kirchenväter bis ins Jetzt geht, wo wir immer unsere Identität über die Sexualität und durch das Reden über Sexualität definieren und eigentlich damit eingespannt sind in einen viel raffinierteren Machtapparat, als wir meinen. Also dieser scheinbare Ausbruch gegen Verbote und Tabu ist eigentlich schon im System eingepreist und wir gehen ihm auf den Leim. Also eine lange und schwierige Frage. Vielleicht nochmal trotz des kleinen Verbots zurück auf Saad und Foucaults Perspektive auf ihn. Die Perspektive von Foucault auf Saad, glaube ich, war eine doppelte. Auf der einen Seite hat Foucault das Werk von Saad sehr stark, wenn man so will, rhetorisch gelesen. Das heißt also danach gefragt, wie sind die Sätze gebaut, welche Begriffe verwendet er, welche Strukturen zeichnen dieses endlos wuchernde Werk aus. Und die eine These von Foucault, und die kommt schon früher in dem Band über die Ordnung der Dinge, das heißt also über die Entstehung der Humanwissenschaften im 18. und dann im 19. Jahrhundert, sagt Foucault, Saad ist ein radikaler Aufklärer. Ein Aufklärer, der von allen den Schleier wegreißt, wie das ein guter Aufklärer tut. Einer, der alles zu klassifizieren versucht. Einer, der eine Sprache entwickelt hat, die eine rein deduktive Sprache ist, die beweisen will, etc. Also die schlimmsten Foltern, die die Opfer bei de Saad erleiden müssen, ist der Diskurs selbst. Die Libertas reden und reden und reden, bis die Opfer nicht mehr können. Also das heißt, es ist ein Aufklärungsdiskurs, der deduktiv ist, der axiomatisch vorgeht, der klassifiziert und nicht mehr aufhören kann sozusagen in alle Bereiche des Lebens Vernunft und damit das Licht der Aufklärung zu bringen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, und das weist aufs 19. Jahrhundert voraus, die Foucault auch interessiert hat, welche Rolle spielt eigentlich der Sex in dieser eigentümlichen Literatur? Und er sagt, das 18. Jahrhundert wird im Werk von Marquis de Saad verabschiedet, weil es plötzlich von einem grenzenlosen Verlangen ergriffen wird, das nirgendwo an sein Ende kommt. Deswegen schreibt Saad, wenn er tatsächlich im Gefängnis sitzt, später in der psychiatrischen Anstalt, Endlostexte, die nicht aufhören, die weiter wuchern und weiter wuchern und weiter wuchern und etwas zusammengefasst formuliert und dann die letzte Bemerkung dazu. Was man an diesem Werk, glaube ich, mit Foucault sehen kann, am Beginn des 19. Jahrhunderts, ist das Entstehen einer Triebgesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt eine bürgerliche Gesellschaft, die von Trieben regelrecht durchschossen ist, von Trieben durchwachsen, von Trieben in irgendeiner Weise motorisiert. Also eine Gesellschaft, die sich als von Trieben motorisierte Gesellschaft begreift. Und an diesem Punkt jetzt vielleicht zu Foucault zurück und vielleicht die Frage etwas runter transformiert, weil ich glaube, dass in seinen Büchern zur Sexualität oder zur Geschichte der Sexualität, und sie haben den ersten Band, der Wille zum Wissen, erwähnt, dass so eine Art Exposé dieser ganzen Angelegenheit ist, geht Foucault zunächst mal ganz empirisch vor und sagt, wir haben alle gehört, in der Schule, in der Kindheit, in der Erziehung etc., im 19. Jahrhundert durfte man nicht über den Sex reden. Wir haben alle gehört, der Sex ist unterdrückt worden. Man musste darüber schweigen. Es gab sozusagen Zensur, Verbote, den erhobenen Zeigefinger und die geschlossenen Lippen etc. Und Foucault fängt an, die Literatur des 19. Jahrhunderts zu lesen. Auch die Humanwissenschaften, die Biologie, die Medizin und so weiter muss feststellen, alle reden nur von Sex. Man schlägt die Bücher auf und es ist eine regelrechte Obsession, über Sex zu reden. In welchen Formen auch immer. Die entsprechenden Wissenschaften sind die Medizin, ist die Biologie, ist die entstehende Sexualwissenschaft, die entstehende Sexualpathologie. Das heißt, am Anfang steht schlicht ein empirischer Befund. Alle reden über den Sex und mehr noch. Alle wollen die anderen auch überzeugen, über ihren Sex noch weiterzureden. Das heißt also, sag wie du dich fühlst, sag was du treibst, sag was du heimlichst tust, sag was du unter der Bettdecke treibst und so fort. Und plötzlich entsteht sozusagen ein Schallraum oder ein Resonanzraum, in dem die Sexualität richtig dröhnt. Und Foucault sagt, wer hatte eigentlich je diese seltsame Idee, dass man im 19. Jahrhundert nicht über Sexualität, den Sex etc. reden dürfte. Ein ganz einfacher empirischer Sachverhalt. Vielleicht können wir damit beginnen. Er hat das also festgestellt und eben in seinem Auftakt dieser Reihe, die zunächst auf sechs Bände angelegt war und auch andere Bücher umfasst hätte, die er da nicht geschrieben hat, ja eben doch schon sehr früh hier entworfen, dass eigentlich dieser Zwang, um über den Sex zu reden und sich selbst die eigene Identität eben auch in diesem Reden zu geben, in einer gewissen Weise ja auch von ihm schon vorgedacht war, in dieser Idee der Strafanstalt des Panoptikums. Also eine Strafanstalt, wo man nicht mehr unbedingt direkt überwacht wird, sondern es ist ein Raum etwa wie dieser, wo irgendwo ein Auge schauen könnte und deshalb ist man immer überwacht. Und in einer gewissen Weise sieht er auch in den 70er Jahren mit der Befreiung, eben nach 68 der Sexualität, eben doch auch so etwas Panoptisches. Also dass alle Individuen letztlich immer über ihre eigene Sexualität nachdenken, reden müssen, dass sie dazu sozusagen verpflichtet sind, dass es gar keine Freiheit ist, sondern ein Zwang. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Nebenbei gesagt, wir sitzen hier nicht in einem Panoptikum, sondern Sie wissen, das ist in einem Krematorium. Und wir sitzen hier dort, wo die Särge ins Feuer verschwunden sind. Also bitte achten Sie auf unsere sehr prekäre Situation hier vorne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf zu verweisen, dass eine entscheidende Frage für Foucault in diesem Band, der Wille zum Wissen, nicht einfach Sexualität war, sondern eine Frage, von welchen Mächten sind eigentlich diese modernen Gesellschaften in irgendeiner Weise beherrscht. Und Foucault hat sich natürlich auch die Frage gestellt, also wenn wir von diesem empirischen Befund ausgehen, warum alle Leute im 19. Jahrhundert vom Sex zu reden beginnen, er hat sich natürlich auch die Frage gestellt, warum? Warum ist das Thema so attraktiv? Warum gibt es eine regelrechte Konjunktur? Und das Argument ist eigentlich sehr schlagend und fast einfach. Er sagt nämlich, Sexualität ist das Scharnierstück für eine Machtform, die die Beobachtung des Individuums auf der einen Seite also des Kindes, der Frau, was in der Ehe passiert, etc., auf der einen Seite mit der Verwaltung der Bevölkerungen zusammenschließt, weil Sexualität nun auch mal Fruchtbarkeit, Erzeugung, etc. bedeutet. Also er sagt, moderne Gesellschaften sind Gesellschaften, die biopolitisch organisiert sind und das heißt also, deren Reichtum in der Vermehrung ihrer Bevölkerung besteht und dazu gehört natürlich die Sexualität als ein zentrales, wenn man so will, Wirtschaftsgut. Und die Beobachtung von Sexualität kann die Beobachtung des Einzelnen mit der Beobachtung der Massen gewissermaßen zusammenschalten. Das, glaube ich, ist ein sehr schlagendes Argument für das, was, glaube ich, ganz zentral in diesem Buch ist, ich wiederhole es nochmal, weniger ein Interesse am Sexuellen selbst als an der Rolle, die die Frage der Sexualität in einer bestimmten Organisation von Macht spielt, einer Macht, die Foucault eben dann im 19. Jahrhundert oder für das 19. Jahrhundert auch Bio-Macht nennt. Das heißt, wie kann man das Leben stimulieren? Nun ist er dann eben im zweiten Band, den er geschrieben hat, das war eben dieses Buch, was erst jetzt rausgekommen ist, hat er sich mit den Kirchenvätern, der Beichte, der Buße, im frühen Christentum beschäftigt und merkte dann, um diese Diskurse damals überhaupt zu verstehen, muss er weiter zurückgehen und ging dann zunächst eben, hat diesen Band auf die Seite gelegt und hat dann den zweiten Band, der Gebrauch der Lüste geschrieben, wo es um das vierte Jahrhundert vor Christus bei den Griechen geht und dann die Sorge um sich so um erstes Jahrhundert. Erstes, zweites Jahrhundert. Genau, und dann sozusagen als Abschluss eben dieses Buch noch auf dem Totenbett sozusagen in Manuskriptform angeschaut, aber nicht mehr fertiggestellt und es gab dann eben, das ist jetzt nicht für unser Gespräch wichtig, aber nur zum Erklären, weshalb das Buch so lange nicht erschienen ist, also er hat auf dem Sterbebett im Spital einerseits noch den dritten Band gedruckt erhalten und angefangen, das Manuskript, das schon älter war, wieder hervorzunehmen und zu überarbeiten und ist dann eben über diese Arbeit gestorben und im Testament hat er festgelegt, dass nichts von ihm erscheinen soll nach seinem Tod, was nicht vollständig fertiggestellt war und das ist es ja nicht ganz, sagen wir zu 90 Prozent. Deshalb hat das sehr lange jetzt gedauert, bis die Erben und die Verwalter von Foucault denken und Schriften sich anders entschieden haben. Wenn Sie jetzt diesen Regress eigentlich anschauen, also vom 19. Jahrhundert, das man begreifen muss aufgrund des 17. Jahrhunderts, dann geht er zu den Kirchenvätern und dann immer weiter zurück bis zu den alten Griechen, bis zu Platon. Weshalb geht er so weit zurück? Also man kann schon sagen, das ist ein großer Unfall gewesen. Ein Unfall am Ende von Foucaults Leben, man kann vielleicht da noch das Detail hinzufügen, dass in diesem Unfall auch noch seine Älzerkrankung gefallen ist. Zunächst einmal war der Plan ein ganz anderer. Also Foucault hat diesen ersten Band, Der Wille zum Wissen, geschrieben, ein Exposé und hat dann auch ein Programm entworfen, wie es weitergehen sollte. Das heißt also, es sollte ein Band geben über die Beobachtung des Kindes. Die Frage kindliche Pädagogik und Onanie sollte im Mittelpunkt stehen. Es sollte einen zweiten Band geben, ganz wichtigstes Thema im 19. Jahrhundert, die hysterische Frau, die Hysterisierung der Frau, die dann auch in der Psychoanalyse später auftaucht. Es sollte einen dritten Band geben, wo es tatsächlich um, er nannte, dass es die Einpflanzung der Perversionen gab. Also wie passiert es, dass im 19. Jahrhundert plötzlich die Perversionen sich multiplizieren? Sadismus, Masochismus, Flagellantismus, Fetischismus, was auch immer. Auch das ist ein weiterer Band. Und dann einen letzten Band über letztlich die Verwaltung der Ehe. Also Fortpflanzung, Sexualität und das Auge des Staates. Das war das Programm, mit dem Foucault beginnen wollte. Und da ist etwas Schreckliches passiert. Vielleicht kann man das so sagen, Foucault hat sehr viel Nietzsche gelesen. Und auch Nietzsche ist manchmal schädlich. Und das Interessante an Nietzsche, was Foucault sozusagen, denke ich, im Kopf hatte, war, dass Nietzsche behauptet hat und in verschiedenen Studien auch sozusagen vorexerziert hat, dass so etwas wie Empfindungen, dass so etwas wie Affekte, dass so etwas wie Werte oder scheinbar ewige Wahrheiten, dass das alles historisch ist, dass Empfindungen, Affekte, Werte und Wahrheiten eine Geschichte haben und dass wir uns nicht auf deren Konstanz verlassen dürfen. Nietzsche nannte dieses Verfahren Genealogie. Also wir gehen schrittweise zurück und sehen plötzlich, dass wir uns in bestimmten historischen Schichten gar nicht mehr wiedererkennen. Dass das, was wir heute Leben nennen, wahrscheinlich im 1800 gar nicht unser Leben bedeutete. Das heißt also, dass die Geschichte, und das ist jetzt etwas, nicht ganz einfach zu verstehen, etwas ist, wo die Dinge unähnlich werden. Je weiter man zurückgeht, desto unähnlicher werden sie. Und das hat Foucault bemerkt und hat festgestellt, Sie haben das bereits angedeutet, wenn ich mich mit der Sexualität im 1900 beschäftige, dann kann ich nicht die ganze Geschichte des Christentums vergessen, das mit einer bestimmten Verbotskultur womöglich auch eine gewisse Verantwortung dafür hat. Als sie hat sich Foucault mit christlichen Autoren beschäftigt, merkt er aber, dass wenn er sich mit christlichen Autoren beschäftigt, er nicht vergessen kann, was die alles an antiken Autoren rezipiert haben. Ganz wichtig für all diese Fragen, die Stoa beispielsweise. Und so ist Foucault in einer fast verzweifelten Weise zurückgetrieben worden, in die klassische Antike, und das heißt also Autoren wie Aristoteles oder Platon oder Xenophon, und stellte plötzlich fest, dass wenn diese Leute über so etwas reden, was wir heute Sexualität nennen, ich das nicht mehr wiedererkenne. Das ist ein völlig anderer Gegenstand. Und damit begann eigentlich das völlig neue Projekt. Das heißt auf der einen Seite ein Reden über sexuelle Dinge, über Geschlechtsverkehr, über das Verhältnis von Mann und Frau, über Ehe, aber auch über beispielsweise Lustknaben zu verfolgen, und auf der anderen Seite danach zu fragen, wie sich dieser Gegenstand im Laufe dieser Jahrhunderte radikal geändert hat. Und dann kann man sagen, gibt es in diesem jetzt sozusagen vervollständigten Werk drei wesentliche Stationen. Das ist der Blick auf die Gegenwart mit dem Willen zum Wissen, beginnend im 19. Jahrhundert, mit all dem, was Sie angesprochen haben, welche Rolle spielt der Sex für unsere Gesellschaften. Es gibt einen extrem fernen Punkt in der Antike, also klassische Antike und erstes, zweites Jahrhundert, das sind diese beiden Wände gebrauchter Lüste und Sorge um sich. Und es gibt Gott sei Dank jetzt, da sich die Leute über das Testament hinweggesetzt haben, es gibt diesen Band Geständnis des Fleisches, wo es um die Kirchenväter geht. Das heißt also um eine Zeit zwischen dem zweiten und dem vierten bis fünften Jahrhundert nach Christus. Und die ist nicht uninteressant, diese Zeit, das muss man vielleicht dazu sagen, eine Zeit, in der sich das Christentum bereits allmählich als, wenn man so will, hegemoniale Religion im Römischen Reich installiert hat. Das ist die Zeit der Kirchenväter und dieses Buch endet dann eben mit Augustinus am Ende des vierten Jahrhunderts. Und das ist sozusagen ein ganz entscheidendes Zwischenstück. Nun beschreibt er also in diesem Band, der jetzt auch auf Deutsch vorliegt, eben diese Beobachtung, die auch schon andere gemacht haben, und das natürlich im frühchristlichen Denken gewisse Elemente stoischer Philosophie und antiker hellenistischer Philosophie schon verarbeitet werden und darin stecken. Aber er sagt es, auch wenn es zum Teil auf der Oberfläche eigentlich dann zu ähnlichen Regeln kommt, Mäßigung, Enthaltsamkeit und so weiter, wie wir die Ehe organisiert und so, gerät eigentlich diese auf der Oberfläche Gleiche in einen ganz anderen Existenzhorizont hinein. Und da setzt er ja eben an, dass das Subjekt sich plötzlich wandelt, dass es ein anderes wird und das beginnt eben zum Beispiel mit der Taufe, wo man ins Wasser geht und das alte Ego ablegt und ein neues Ego bekommt im Geständnis, wo es auch über die Anweisungen, die es schon bei Pythagoras und so weiter gab, für die Jüngeren, die sich der Leitung eines älteren Denkers überlassen, weit hinausgeht, weil viele von diesen Formen plötzlich eben auch ins Innere des Subjektes verlagert werden. Also die Enthaltsamkeit oder die Jungfräulichkeit ist dann nicht mehr nur eine körperliche Jungfräulichkeit, sondern es muss eine Jungfräulichkeit sein, die so weit geht, dass man nicht einmal mehr aufreizende Gedanken hat und das Ende ist dann, es sollte nicht mal zu einer Pollution in der Nacht kommen, nicht? Und dann hat das Subjekt sozusagen über sich selber eine ganz neue Form von Herrschaft erfunden, gefunden und ausgeübt. Wie sehen Sie diesen Einstieg von Foucault, wo er ja völlig absurde Geschichten erzählt, einer ist die mit der Hyäne oder es gibt irgendein altes Beispiel aus dem Hellenismus, dass die bei Herodot, dass die Hyäne ein schreckliches Tier ist, das jedes Jahr sein Geschlecht wandelt und eben exzessiv Sex hat. Kommen Sie also und die Kirchenväter und Clemens oder ich weiß nicht, wer das war und sagt dann, ja das ist nicht so, weil das würde dem Logos Gottes widersprechen, wenn man das Geschlecht wechselt. Das ist was anderes. Die Hyäne hat irgendwie einen Beutel unter dem Phallus versteckt und kann sozusagen pseudovaginal auch noch Sex machen. Und also da werden so ganz kleine, völlig zum Teil abstoße Sachen erzählt, die etwas surrealistisch an sich haben. Aber eben es werden also in dieser Weise alte Beobachtungen, aber eben auch alte Lebensregeln neu definiert, neu geordnet. Also vielleicht muss man dazu sagen, abgesehen davon, dass das Buch natürlich redigiert worden ist, vielleicht muss man dazu sagen, dass dieses letzte Buch, die Geständen des Fleisches, und das soll auch durchaus eine gewisse Warnung sein, eigentlich zunächst mal sehr trocken ist. Und das ist nicht unwichtig. Foucault denunziert niemanden. Das hat er auch selten in irgendeiner Weise getan, dass er Autoren vorführt, um sie zu denunzieren. Sondern es hat eine ganz eigentümliche Methode, dieses Buch. Es hat die Methode, die in den Texten der Kirchenväter versteckten Probleme sichtbar zu machen. Also nicht deren Antworten zu bringen, was soll man tun, wie soll man leben, etc. Sondern die dahinterliegenden Probleme, die mit diesen Texten gelöst werden sollen. Man darf nicht vergessen, die Texte, mit denen sich Foucault beschäftigt, haben ein ganz bestimmtes Genre. Das sind Briefe, Ratgeber, das sind Lebensregeln, etc. Das heißt also, ein Konsortium von Texten, mit denen Anweisungen für das richtige und für das gute Leben gegeben werden sollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für dieses Buch. Und da gibt es bestenfalls, wenn man so will, einen kleinen Spaß, theologische, wenn man so will, Finessen oder Absurditäten sprechen zu lassen. Also die Geschichte mit der Hyäne wäre in so einem Fall. Die Geschichte mit dem Hasen, die Hasen, die sich unendlich vermehren. Wir wissen, das wäre so eine andere Geschichte. Also das heißt, der Streit der Theologen um die Rolle der Hyäne und die Frage, wie viele Geschlechtsorgane hat sie, ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo es komisch wird. Aber es hat nichts Denunziatorisches. Erster Punkt. Ein zweiter Punkt, den man vielleicht auch noch ganz allgemein dazu sagen muss, ist, dass in dieser Geschichte der Sexualität Foucault drei Schwerpunkte oder Brennpunkte hat. Er fragt sich erstens nach der Organisation von Wissen. Er fragt zweitens, welche Rolle spielen bestimmte Machtformen dabei. Und er fragt drittens, welche Ideen über Subjekte, welche, wie er sagt, Subjektivierungsweisen sind damit verbunden. Das ist das Dreieck, das ihn interessiert. Wissen, Macht, Subjekt. Und dafür bieten die Texte einige Anknüpfungspunkte. Jetzt konkret dazu in Ihrer Frage, Sie haben das schon formuliert und es ist ganz wichtig festzuhalten, Foucault stellt fest, und das ist glaube ich wichtig, um dieses Projekt, aber auch die Radikalität dieses Projekts zu begreifen, er stellt fest, es gibt im Übergang von der heidnischen Antike bis zum frühen Christentum, etwa der Kirchenväter, keinerlei Verschärfung von Verboten, keinerlei größere Stränge im Umgang mit dem Sex. Das heißt also, es ist nicht so, dass das Christentum als eine Verbotskultur auftauchen würde, sondern die wiederholen das, was die Stoiker gesagt haben, die wiederholen das, was die Stoiker wiederum von ihren Vorläufern haben. Das geht zum Teil bis auf die Vorsokratiker und Epikur zurück. Das heißt, hier reproduziert sich ein Regelsystem, in dem die Sache des Sex, des Geschlechtsverkehrs und so weiter, nicht eingezwängt wird durch eine größere christliche Verbotskultur. Und das ist wichtig für seine gesamten Thesen. Aber, und an der Stelle taucht ein Aber aus, und das ist der Gegenstand dieses Buchs und auch im Titel eben enthalten, also Geständnisse des Fleisches, er sieht, dass zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert ein neuer Gegenstand auftaucht. Nicht neue Verbote, sondern ein neuer Gegenstand. Und dieser Gegenstand wird das sündige Fleisch genannt. Und das sündige Fleisch ist nicht der Körper und seine Reaktionen, also diese ganze schwere Biomasse, die wir mit uns herumtragen, sondern das Fleisch ist eine ganz bestimmte Verhältnisform zwischen Körper und Seele. Also Fleisch bedeutet nicht Fleisch, wie soll man sagen, Schnitzel etc., sondern schlichtweg eine spezifische Verbindung, Verhältnisform zwischen der Seele und dem Körper. Und dort lauert die Sünde, in diesem Verhältnis. Und das ist der völlig und überraschend, man kann sogar sagen, aufregend neue Gegenstand, der sich in den Texten der Kirchenväter langsam anbahnt, zu formieren. Nun, er nimmt dann natürlich eben ganz bestimmte Formen ins Auge. Ich habe es schon erwähnt, die Weichte, die Buße, die Jungfräulichkeit, die Ehe-Regeln. Wo hat Sie jetzt eine Analyse am meisten überrascht, jetzt in diesem Gebiet, bevor wir auf den Schluss kommen? Auf den Schluss? Ja, auf die Lipido-Theorie. Na gut, es sind viele Dinge interessant daran. Also vielleicht kann man ein paar Probleme benennen, die Foucault zu beschreiben versucht und die mit dem zu tun haben, was ich auch schon erwähnt habe, nämlich, dass spätestens seit Konstantin, also dem Kaiser Konstantin, das Christentum hegemonal wird, ja auch dann zu einer Art Staatsreligion im späten römischen Reich. Und für das Christentum ein ganz zentrales Problem erscheint. Nämlich, dass all die Lebensregeln, die man seit der Spätantike erfunden hat, seit dem zweiten Jahrhundert, also von Leuten wie Clemens von Alexandrien oder Tertullian oder Cassianus, dass diese Regeln für klösterliche Gemeinschaften erfunden werden. Also bestimmte Formen des Zusammenlebens, bestimmte Formen der Keuschheit, bestimmte Formen aber auch der spirituellen Beschäftigung etc. Und dass nun im römischen Reich etwas auftaucht, was können wir eigentlich den Leuten im Alltag bieten? Das heißt also den Leuten, die womöglich dem Christentum nahestehen, aber nicht in Klöstern wohnen, die nicht zur engen christlichen Gemeinschaft gehören. Und da fangen die Kirchenväter an, darüber nachzudenken, wie kann man sozusagen unsere Regeln ausweiten auf die zentrale politische Parzelle im römischen Reich, nämlich die Familie. Die Familie ist im römischen Reich eine Rechtsinstitution, sie genießt besonderen Schutz und eine der wesentlichen Fragen dieser Kirchenväter, spätestens dann bei Augustinus im vierten Jahrhundert, ist mit der Frage verbunden, wie können wir christliche Lebensregeln ausweiten auf das säkulare Leben, auf die Familie und das heißt natürlich auch auf die Zeugung, auf den Geschlechtsverkehr etc. Also das steht sozusagen als großes politisches Problem hinter diesem Projekt und da gibt es natürlich durchaus interessante Verwerfungen. Ich fand jetzt nicht alle Verwerfungen gleich interessant oder gleich überraschend. Und wir haben schon über diese hier spektakulären Beispiele wie die Hyäne und den Hasen geredet, aber eben zum Beispiel diese Idee der Jungfräulichkeit, was entdeckt er da? Also vielleicht, damit das ein bisschen plastisch wird, also wenn Sie mir das erlauben oder wenn Sie mir das erlauben, vielleicht wenigstens die Dreiteilung, die das Buch hat, also weil das nicht unwichtig ist zu wissen, also im ersten Teil dieses vierten Bands der Geschichte der Sexualität geht es tatsächlich um das Entstehen des Sakraments der Beichte in weitesten Hinsicht. Und Foucault versucht nachzuzeigen, wie die Beichte und das heißt damit auch eine bestimmte Gewissenserforschung eine elementarklösterliche Angelegenheit ist. Das heißt also, der Klosterbruder unterwirft sich der Führung eines Vorgesetzten, des Abts, und wird von ihm aufgefordert, sozusagen seine innersten Regungen vorzuführen, also Wahrheiten über sich zu sprechen. Und Foucault in diesem ersten Teil sagt, das ist eine eigentümlich paradoxe Situation, dass nämlich derjenige, der seinen Willen aufgibt, in der Beichte zugleich derjenige ist, der mit der Aufgabe seines Willens Wahrheit produziert. Also es wird eine bestimmte Form der Seelenführung vorgeführt, am Horizont steht dann das später eingeführte Sakrament der Beichte. Das betrifft den ersten Teil, also wo Foucault sich einfach danach fragt, welche neuen Verhältnisse des Subjekts zu sich selbst werden im Christentum produziert. Erste These, es wird ein bestimmtes Selbstverhältnis hergestellt, in dem ich mich permanent selbst erforschen muss. Dann gibt es einen zweiten Teil, und das haben Sie gerade angesprochen, der ist überschrieben mit Virginité, Jungfräulichkeit. Und damit ist in letzter Konsequenz so etwas wie Keuschheit, Reinheit gemeint. Und dieses Ideal ist wiederum eng mit klösterlichen Gemeinschaften verbunden und besteht eigentlich darin, eine Pseudo-Ehe mit Gott einzugehen. Also die Klosterschwestern, die Klosterbrüder gehen eine spirituelle Ehe mit Gott ein, vereinigen sich also im Geist unter der Bedingung, dass der Körper außen vor bleibt. Oder umgekehrt, der Körper ist überhaupt kein Problem. Der Körper ist sozusagen so eine Art Fahrgestell für die spirituelle Einheit mit Gott. Da taucht aber tatsächlich diese Frage auf, was passiert in der Interaktion zwischen Seele und Körper. Und Foucault stellt fest, dass es da mögliche Wechselunterwerfungen gibt. Es gibt Seelen, die sich plötzlich unter den Körper, aber nicht unter den Willen Gottes unterwerfen. Was bedeutet das? Welche Aktion zwischen Seele und Körper findet dort statt? Da entsteht so etwas wie das sündige Fleisch. Das ist der neue Gegenstand, den Foucault im zweiten Kapitel verfolgt, um dann im letzten Kapitel tatsächlich auf etwas zu kommen, Sie haben es angedeutet, vielleicht sprechen wir darüber noch, was wirklich dann das Auftauchen des begehrenden Subjekts oder der Libido, also auf Lateinisch Libido bedeutet. Aber das muss man im Kopf haben. Es sind drei separate Bereiche, von denen, glaube ich, deutlich wird, dass Sie drei zentrale Fragen dieses frühen Christentums verhandeln. Die Beichte, das sündige Fleisch und am Schluss das Auftauchen der Libido. Und all das eben in einer neuen Form der Existenz des Subjekts. Also das Subjekt macht eine neue Erfahrung dessen, was Subjektsein überhaupt ist in diesen verschiedenen Schritten. Und eben im letzten Teil geht es dann um die Ehe und natürlich die Frage des Geschlechtsverkehrs in der Ehe. Ist das einfach nur, um Kinder zu zeugen? Also kann man das sozusagen damit rechtfertigen? Oder wie kann man mit diesem Problem umgehen? Und er führt da auch wieder verschiedene Autoren vor und es gipfelt dann eben darin, dass er sagt, das Wichtige nach Augustin in der Ehe ist eben, dass sozusagen die willkürliche Regung des Geschlechtstriebes geregelt wird. Und er vergleicht das dann wie Adam im Paradies. Er kann alles, die Hände und alles gebrauchen nach seinem Willen. Es gibt nur ein Glied, das diesem Willen nicht unterworfen ist. Das ist der Phallus. Und den muss man sozusagen beherrschen. Der Phallus ist ein Rebell gegen den eigenen Willen, so wie Adam ein Rebell gegen Gott ist. Und wie gestaltet man jetzt dieses Problem in der Ehe? Also ich wäre jetzt gerne ein Scholastiker, um Ihnen die ganze komplizierte Argumentation von Augustinus vorzuführen, die aber höchst brisant ist, aber auch höchst komisch. Ich hatte ja schon angedeutet, dass dieses frühe Christentum versucht, Klosterregeln zu verweltlichen und dann taucht die Institution der Ehe als ganz bestimmter Adressat auf. Das führt bei Augustinus in seiner Schrift über den Gottesstaat dazu und das ist eine bahnbrechende Interpretation, dass Augustinus behauptet, und die wenigsten heute wissen das, ist, dass Augustinus behauptet, Adam und Eva haben im Paradies Geschlechtsverkehr gehabt. Das hat mich schon verwundert, ich wusste das nicht. Also für mich galt immer, das Paradies war ein Paradies und solche Sachen waren Gott sei Dank abwesend. Augustinus behauptet, Adam und Eva haben Geschlechtsverkehr im Paradies und er tut es aus dem nämlichen Grund, den ich gesagt habe, um die Ehe aufzuwerten. Also die Ehe ist sozusagen ein Reservat für die Leute, die dem Gebot der Keuschheit nicht unterworfen sind. Also die Mönche und die Schwestern sind keusch. Es gibt eine Ausnahme von der Keuschheit, das ist die Ehe, in der darf man Dinge treiben, die man im Kloster sonst nicht treiben darf, aber unter bestimmten Bedingungen. Also die Aufwertung der Ehe und Aufwertung sozusagen auch des Verhältnisses, eheähnlichen Verhältnisses von Adam und Eva. Und Sie haben richtig gesagt, in dieser Ehe funktionieren alle elf Finger sozusagen nach meinem Willen. Da gibt es nichts, was meinen Willen durchkreuzt. Zweiter Punkt. Augustinus fragt sich dann, was ist der Sündenfall? Und der Sündenfall hat zwei Dimensionen. Ich muss das erzählen, weil das eine dramatische Geschichte ist, die diesen Sündenfall nach Augustinus betreffen. Der Sündenfall ist erstens eine Abwendung der Menschen, Adam und Evas, von Gott. Sie fühlen sich autonom. Sie fühlen sich nicht mehr vollständig dem Willen Gottes unterworfen. Es ist also eine Revolte. Adam und Eva revoltieren gegen Gott. Was ist aber der Lohn dafür? Der Lohn dafür ist, dass auch etwas in den Menschen, gegen den Menschen und seinen Willen revoltiert. Und das ist, man muss es so direkt sagen, die Erektion. Die Erektion, so schreibt es Augustinus direkt, ist unwillkürlich. Die kann ich nicht beherrschen. Und ist das Stigma der Revolte des Menschen. So wie der Mensch gegen Gott revoltiert, so revoltiert nun das Unwillkürliche, etwas, was ich nicht beherrschen kann, gegen mich selbst. Das heißt also, es ist sozusagen ein Loch in meiner Willensfähigkeit. Es ist das Nicht-Gewollte im Willen, was sich da in irgendeiner Weise regt. Und dieses Nicht-Gewollte, im eigenen Willen, verbunden mit dem Sündenfall, nennt Augustinus dann die Libido. Und das ist eine dramatische, und Foucault inszeniert das in seiner, wenn man so will, Nüchternheit oder Trockenheit auch. Das ist deswegen dramatisch, weil damit plötzlich die Struktur einer sexuellen Regung zur Bedingung für die Form des Subjekts wird. Also das Subjekt, das mit Augustinus auf die Welt kommt, ist eines, das ein Loch im Willen hat. Und dieses Loch im Willen ist, jetzt blöd gesagt, seine Sexualität, etwas anachronistisch gesagt. Vielleicht, ich weiß nicht, darf ich noch was hinzufügen? Es ist nämlich überaus interessant, ich sage das nur deswegen, es ist überaus interessant, dass Foucault eine Pointe überhaupt nicht aufgreift in dem ganzen Buch. Und das spricht sehr für seine Askese, das spricht auch sehr für seine Trockenheit oder auch, man kann sagen, für seine intellektuelle Selbstbeherrschung. Nämlich eine Episode, die Augustinus nicht im Gottesstaat, sondern in den Bekenntnissen erzählt. Es ist eine berühmte Episode und ich erzähle das nur, weil ich eben nicht Foucault bin und weil ich deswegen Dinge tun darf, die diesem, wenn man so will, Regime nicht entsprechen. Es ist interessant, dass Augustinus in seinen Bekenntnissen eine Szene beschreibt, in der er mit seinem Vater als 16-Jähriger, und das war im Jahr 370, in die Thermen geht. Sie gehen in die Thermen, dort ist man nackt und Augustinus, und das schreibt er in seinen Bekenntnissen, bekommt plötzlich eine Erektion. Und der Vater sieht es, ist hoch erfreut, geht nach Hause und zählt es der Mutter weiter. Die Mutter war alles andere als hoch erfreut, sondern höchst besorgt, was nun passiert. Und ich erzähle das nur deswegen, weil man kann sozusagen diese biografische Episode mit der Adam-und-Eva-Geschichte in irgendeiner Weise in Verbindung bringen. Ich füge nur hinzu, dass Foucault das nicht getan hat, spricht für seine intellektuelle Integrität und, wenn man so will, für meine eigene Verworfenheit. Vor allem, dass ich es ja bei meinen Brustklammern vorhin etwas abgewiesen habe, so zu argumentieren. Also es ist jetzt also am Ende dieser vier Bände, haben wir ein neues Subjekt vor uns, das diese Erfahrung macht, dass es im eigenen Willen diese Libido gibt, die einen Riss in den Willen hineinreißt. Und der Wille muss einen Willen wollen, der eben diese Regung wieder in den Griff kriegt, oder? Das ist also nicht nur die Erektion, es ist auch die, wie sagt man dem, die Impotenz. Das ist das gleiche Problem, also da kann man ja auch nicht etwas dagegen machen. Was ist das jetzt für ein Subjekt am Ende dieser Reise durch diese vier Bände, mit dem uns Foucault alleine lässt? Also zunächst einmal muss man es, glaube ich, nochmal so scharf formulieren. Was am Ende dieses Bandes auftaucht, ist etwas, was Foucault selbst die Libidinisierung der Sexualität nennt. Also das heißt, das Entstehen einer eigenen Triebkraft, die im Zentrum des Subjekts wirkt. Erstens. Zweitens, diese Wirksamkeit erzeugt ein Mangelwesen, oder wenn man so will, einen Seinsmangel. Ich als bewusstes Wesen beherrsche meinen Willen nur unter der Bedingung, dass bestimmte Dinge nicht von meinem Willen selbst bezwungen werden können. Das ist die Begierde. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Also sozusagen, der Wille ist ein stets durchlöcherter Wille. Und das heißt, das wird man unter keinen Bedingungen los. Man kann das nur bekämpfen. Ganz wichtig sind zum Beispiel bei Augustinus oder auch anderen Kirchenvätern Begriffe des Kampfes. Man ist aufgerufen, endlos bis zu seinem Tod gegen dieses Loch im eigenen Willen zu kämpfen. Das kostet Kraft, das kostet in irgendeiner Weise Anstrengung, das kostet sowohl körperliche wie geistige und psychische Energie. Also das ist sozusagen hinterlassen. Aber vielleicht, und das ist jetzt eine reine Spekulation, können wir nochmal auf den Anfang zurückkommen. Warum hat sich Foucault für das Christentum interessiert und warum ist dieses Buch dann eigentümlich, sozusagen auch posthum entstanden, als eine eigentümliche Hinterlassenschaft? Ich glaube, Foucault hat mit diesem Buch etwas überaus Interessantes gemacht und er kann uns die Auskunft, die ich jetzt zu geben versuche, nicht geben. Er hat nämlich drei Scharnierstellen gezeigt, wo die modernen Sexualwissenschaften sich ins Christentum gewissermaßen einklinken konnten. Und vielleicht lohnt sich das, das am Schluss auch nochmal so zu sagen. Das ist erstens, wie entsteht so etwas wie das moderne Geständnistier? Also wir, die wir in jeder Hinsicht und überall und in allen möglichen therapeutischen Konstellationen nicht nur zum Geständnis aufgefordert werden, sondern es auch gerne tun. Das ist ein erster Punkt, wenn Foucault sich mit der Geschichte der Beichte beschäftigt. Ein zweiter Punkt ist, woher kommen eigentlich, und jeder kennt das, der einmal das Drama und die Dunkelzeit und was auch immer, Katastrophe der Pubertät durchlaufen hat, wie kommt eine solche Konstellation zustande, dass man groß wird mit der Angst vor den eigenen Perversionen? Was könnte alles passieren? Wäre ich schwul oder nicht? Funktioniert es? Wie auch immer. Geht es gerade oder geht es schief? Foucault sagt oder würde sagen, das wäre meine These, die Entstehung des sündigen Fleisches ist der Anker im Christentum oder der Ort im Christentum, wo sich die spätere Sexualpathologie einhaken kann. Und drittens schließlich, wie kommt es, dass sich dieses moderne Wesen, das wir sind, eigentlich als etwas begreift, das immer im Kampf mit seinen Trieben, mit seinen Begierden, mit seiner Begehrungsstruktur ist. Mit Foucault formuliert, wie entsteht also das moderne Begehrungssubjekt oder Begehrenssubjekt. Und da wäre das dritte Kapitel dieses Buchs zuständig mit Augustinus, wo eben Foucault beschreibt, wie ein Subjekt mit einem durchlöcherten Willen entsteht. Also diese drei Dinge, Beichte, sündiges Fleisch und durchlöcherter Willen, sind glaube ich die Plattformen, wo sich die spätere, was Foucault sexualdispositiv nennt, einhaken. Das Geständnistier, die Sexualpathologie und das Begehrenssubjekt. Deswegen glaube ich, ist dieses Buch in diesem ganzen Projekt der Geschichte der Sexualität überaus wichtig. Nun, um jetzt wieder den Sprung in die Zeit der Entstehung dieser Bücher zu machen und ohne jetzt in die Dunkelkammern des kalifornischen Saunas abzugleiten. Er will ja dann doch eben diesem modernen Triebwesen eigentlich ja in einer gewissen Weise sagen, das Ausleben der Sexualität ist nicht etwas, wo man eben dieser alten Geschichte entkommt, sondern man müsste eigentlich neue Formen von Lust entdecken und finden. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was das für Lüste sein können? Das beschreibt ja auch in späten Interviews, dass es andere Formen eigentlich von Lust geben muss, wo man sich letztlich auch dem Machtdispositiv des Marktes, des Kapitals und der Gesellschaft entzieht. Sehr schwer zu sagen. Ich kann die Frage eigentlich nur zurückgeben. Wie findet man interessante Lüste? Wir werden es hier im Krematorium wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber es gibt eine ganz zentrale These, die Foucault begleitet. Der sagt, das Abendland, und das heißt auch das moderne Abendland, hat nicht neue Lüste, sondern neue Laster erfunden. Ich glaube, das muss man in irgendeiner Form sich vor Augen halten. Wir sind Gesellschaften, die irrsinnig erfinderisch sind im Umgang mit neuen Lastern, aber in irgendeiner Weise sehr zurückhaltend in der Erfindung neuer Lüste. Um dieses Argument in irgendeiner Weise weiter zu transportieren, und das steht nicht bei Foucault, aber dafür könnte man, Sie haben es angedeutet, auch bestimmte, wenn man so will, Triebwerke nennen. Ich glaube, ein Grund dafür liegt darin, dass alle unsere Lüste sehr schnell ihren Weg in den Konsum finden. Also der Konsum nivelliert gewissermaßen die Lüste. Das geht vom Sex bis zur Nahrungsaufnahme, also das Gefühl, man ist hier sozusagen in einer Gleichschaltung der Lüste, in einem Konsumuniversum gefangen. Ich glaube, also das ist jetzt aber wirklich aus dem hohlen Bauch gesprochen, das, was man Konsumismus nennt, hat uns bezüglich der eigenen Lüste einfach dumm gemacht. Und ich denke, so etwas könnte bei Foucault auch dahinter stehen. Und wenn er ja eben in gewissen späten Interviews den Saddamasochismus in diesen dunklen Räumen als möglichen Ort beschreibt, wo man andere Formen von Körper und Lust erleben kann, und wir jetzt an Fifty Shades of Grey oder so denken, um noch den Sprung in die Gegenwart zu machen, der ja angekündigt ist im Programm, das ist natürlich auch so, dass sozusagen dieser Ansatz einer Utopie oder Heterotopie, wo ein anderes Begehren sich entwickeln könnte, in diesen Saddamasochistischen Spielen natürlich eben auch, wie Sie es gesagt haben, vom Kapital aufgesaugt und sozusagen geschmeidig und konsumierbar gemacht wurde mit verschiedenen... Sie kennen das Buch sicher nicht? Na gut, ich muss das lesen. Also sie muss dann irgendwie auch viel essen, damit sie nicht zu dünn ist. Also es gibt ja da ganz neue Formen, dass plötzlich dieser Saddamasochismus irgendwie auch sehr stark dazu zu einer Disziplinargeschichte wird. Also eben den eigenen Körper noch mehr erforschen, noch mehr beherrschen, Regeln aufstellen, wie man sich gegeneinander verhält. Also ist diese Utopie vielleicht jetzt abgestorben? Sehen Sie irgendwo für sich einen Ausweg, für Foucault, wenn er aus dem Krematorium wieder hochsteigt, einen Ausweg heute oder einen Ort, wo man dieses Heterotopische von anderen Lüsten erleben könnte? Also ich würde natürlich gerne mit Kafka antworten, wenn man gesagt hat, es gibt unendlich viel Hoffnung, aber nicht für uns. Und das kann man, glaube ich, in diesem Zusammenhang durchaus vielleicht einfügen. Zwei Dinge würde ich gerne noch dazu sagen. Es ist interessant zu sehen, dass Foucault sein Nachdenken über Sexualität letztlich mit dem Entstehen der Psychoanalyse beendet hat. Und er hat alles andere, was seine Gegenwart betrifft, in völlig anderen Konstellationen gewissermaßen bearbeitet. Also Interviews für Schwulenzeitungen, kurze Kommentare, auch autobiografische Geständnisse oder sowas. Aber da hat man das Gefühl, da ging es um Alltagspolitik. Da ging es um Alltagspolitik der Schwulenbewegung, da ging es auch um politische Stellungnahmen. Das hat er aber nie Gegenstand zu einem historisch-theoretischen Interesse gemacht. Das, glaube ich, sollte man festhalten. Und das heißt, das Ende der Geschichte der Sexualität mit der Psychoanalyse ist für Foucault das Ende einer Sackgasse gewesen. Die Psychoanalyse war für Foucault sozusagen der wichtige Ort, an dem die Sexualität zur einzigen Wahrheit des Menschen geworden ist und ihm deshalb etwas verpasst, was man Triebschicksal nennt. Und Foucault fragte an dieser Stelle, muss das denn sein? Muss denn es wirklich sein, dass unser Schicksal immer nur ein Triebschicksal ist und dass alle Lüste, alle Regungen gewissermaßen auf Sexualität zurückgeführt werden? Das ist die offene Frage, die Foucault hinterlässt. Und das geht jetzt über Foucault hinaus. Das ist, glaube ich, können wir selbst sehen, dass sich seit dieser Zeit einiges getan hat. Das heißt also, wir können beispielsweise feststellen, das haben wir schon erwähnt, dass die Sexualität inzwischen sozusagen zu einer Sexuierung der gesamten Öffentlichkeit geführt hat. Im Konsumismus oder wie auch immer. Man kann daran erinnern, dass 1948 das Kinsey-Report erschienen ist, wo zum ersten Mal öffentlich über den Homosexuellen, den Bisexuellen, das Verhältnis von heterer und homosexuellen Mann vorgeführt wurde und man plötzlich weniger über sexuelle Identitäten, also über Sexualpraktiken gesprochen hat. Glaube ich, ein ganz wichtiger Einschnitt. Kinsey-Report 1948. Man kann einen dritten Aspekt nennen, der nicht uninteressant ist. Unsere gegenwärtigen Reproduktionstechnologien sind atemberaubend, weil sie den Sex oder die sexuelle Regung von der Fortpflanzung trennen und sozusagen ein ganz wichtiges Teil des 1900s auslagern. Und vielleicht letzte Bemerkung noch. Man hat, glaube ich, gesehen, wie sich etwas radikal verändert hat am Beispiel der Diskussionen über AIDS. Ich glaube, die meisten erinnern sich noch daran, als AIDS aufgetaucht ist in den 80er Jahren und dann der Virus identifiziert wurde. Nebenbei gesagt, auch wieder unsere beide Verworfenheit, es gibt eine Szene, die ein Freund von Michel Foucault beschreibt, Hervé Guibert, einer seiner Liebhaber und gleichzeitig ein junger Romanautor, der auch an AIDS gestorben ist. Und der hat einen Schlüsselroman geschrieben, wo Foucault auftaucht, übrigens mit dem Decknamen Musil, mit Z geschrieben. Und da wird Foucault, diese Figur, wird beschrieben als jemand, der plötzlich erfährt, dass es diese neue Seuche gibt, dass es AIDS gibt und dass das Ganze wohl mit den Schwulen zu tun hat. Und im Roman heißt es, Foucault ist vor Lachen vom Sofa gerutscht. Weil natürlich, er sagte, als ob meine ganzen Schriften sich hiermit nochmal bewahrheiten müssten, dass man die Pathologisierung des Geschlechts mit einer bestimmten Geschlechtsidentität und damit womöglich auch sozusagen mit einer ganz klaren medizinischen Diagnose in Verbindung bringen kann. Das darf man nicht vergessen. Und nun, aber das ist das Letzte, was ich dazu sagen wollte, hat man eben gesehen, nachdem man versucht hat, die Herkunft von AIDS in irgendeiner Weise zu klären, sind es russische Labors oder sind es amerikanische Labors? Ist es Afrika oder Haiti? Früher hat man gesagt, also in den 80er Jahren, der Haitaner ist der Gefährdete. Sind es homosexuelle, heterosexuelle, die besonders gefährdet sind? Also nachdem AIDS in irgendeiner Weise von diesen, wenn man so will, Verschwörungstheorien bis hin zu den Schulen weggekommen ist, musste man feststellen, diese Krankheit diskriminiert nicht mehr eine besondere sexuelle Identität. Und ich denke, dass die Debatten um AIDS sehr viel dazu beigetragen haben, von diesem alten Sexualdispositiv, von diesem alten Triebschicksal loszukommen und uns tatsächlich ein neues, sozusagen eine neue Konstellation, auch eine neue Konstellation im Umgang mit Sexualität eröffnet hat. Nun ist aber die Frage natürlich schon auch im Rahmen dieser Entpathologisierung einzelner sexueller Vorlieben und Untergruppen, wie man sie auch in der LTGB-Bewegung und so sieht. Ist das eine neue Freiheit im Sinne von Foucault oder ist das machtdispositiv raffinierter geworden? Ich glaube, die Frage ist mit Foucault falsch gestellt. Also Foucault würde immer behaupten, dort wo es neue Freiheiten gibt, erzeugen sich auch neue Gegenkräfte. Wie umgekehrt, dort wo sich neue Machtformen einstellen, werden auch wiederum Gegenkräfte hervorgerufen. Das heißt also, ich glaube, es lässt sich, und das ist entscheidend für Foucault, es lässt sich insbesondere am Leitfaden der Sexualität nicht eine irgendwann einmal gelingende Emanzipationsgeschichte erzählen. Bestimmte Emanzipationsgeschichten sind in die Sackgassen geraten, andere sind geglückt, wie die der Schwulenbewegung, wie die des Feminismus, aber keine Emanzipation ist davor gefeit, dass sie in neue Sackgassen gerät. Und es gibt Bereiche in unserer Gesellschaft, wo man das durchaus erkennen kann. Also wenn man an amerikanischen Universitäten inzwischen auf den Klos Anweisungen hat, wie man und unter welchen Bedingungen man überhaupt noch Studenten anschauen darf. Also wir sitzen da auf dem Klo und dann haben sie Anweisungen, was alles bereits sexuell sein könnte. Also da merken sie, dass bestimmte Emanzipationsbewegungen auch in polizeiliche Sackgassen geraten sind. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Geschichte ist nicht ein für alle Mal gelöst. Keine Emanzipation hat ein endgültiges Ende erreicht. Und mit Foucault würde ich behaupten, da gibt es glückliche Seiten in der Schwulenbewegung, aber diese Kämpfe sind nicht abgeschlossen. Und würde er nicht auch in ein Lachen ausbrechen, wenn es darum geht, ein Ja ist ein Ja? Also ich würde das Ja nicht unterschätzen, aber anders formulieren, dieses Ja ist ein sehr hässliches Ja. Also das ist das Ja in einem Fragebogen. Ja, nein, vielleicht. Und die Regelung von Lebensverhältnissen mit dem Fragebogen bis ins Bett hinein ist, glaube ich, eine eigentümliche Verwaltungsidee, die, ich denke, aus der Meinungsumfrage kommt. Und die Meinungsumfrage will eben auch letztlich bis zur Matratze herrschen. Das, glaube ich, ist weniger interessant. Aber das Ja ist natürlich ein überaus wichtiger sprachlicher Spieleinsatz. Ich darf Sie daran erinnern, dass eines der berühmtesten Ja's am Ende von Ulysses, von James Joyce auftaucht, wo Molly Bloom ihren Monolog beginnt mit Ja, Ja. Und dieses Ja ist regelrecht befreiend. Es befreit eine Liebesgeschichte und es befreit auch einen überaus lastigen Diskurs. Da, glaube ich, würden wir uns in irgendeiner Weise verständigen können. Also, so entlasse ich Sie mit diesem Ja in den Garten der Lüste hinaus. Schauen Sie, ob Sie eine neue Unterform von Lust dort finden können. Sie können sich ja auch an Rousseau orientieren und die Geschlechtsorgane der Pflanzen beobachten, wie hier auf der Petersinsel. Vielen Dank für das Gespräch. Hey, danke dir. Das ist so gut. Danke sehr. Danke. 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 Vielen Dank.